Auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Ja, Herr Rode, herzlichen Glückwunsch, selbst ein Tor gemacht, Einzug ins Finale geschafft, aber nochmal spannend gemacht am Ende. Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke mal, Knackpunkt war das 2-1. Und dann sind wir hinten raus noch geschwommen, weil die halt viel lange Bälle geschlagen haben. Und das ist jetzt nicht unbedingt unsere Spezialität, das zu verteidigen, muss man ehrlich sagen, mit ihren großen Leuten. Und dann ist normal, dass du ein bisschen hinten reingedrückt wirst. Nichtsdestotrotz, das 2-2 darf natürlich so nicht fallen. Dann wären wir schon durch gewesen. Und Verlängerung war dann, ja, wer halt den Lucky Punch macht, den haben wir gemacht. Und haben dann auch noch viele Chancen hinten raus gehabt. Deswegen denke ich, dass es auch verdient ist. Am Ende können Sie Ihrer Mannschaft ja nur den Vorwurf machen, den Sack nicht früher zugemacht zu haben. Ja, auf jeden Fall. Wie ich gerade gesagt habe, also ich denke, wir hatten 3-4 klare Chancen dann noch. Aber letztendlich ist es auch normal, nach 120 Minuten, wir waren platt. Wir waren eigentlich nach 90 platt. Und das hat man gemerkt. Und dementsprechend nutzt du die Chancen dann auch nicht so. Und dann musst du natürlich die ganze Zeit noch zittern. Aber wir haben es dann gut über die Bühne gebracht. Und ja, freuen uns jetzt natürlich mega auf das zweite Spiel. Jetzt wird morgen dann das zweite Halbfinale angeguckt? Oder wie bereiten Sie sich jetzt vor? Ja, auf jeden Fall. Also ich muss jetzt erst mal klären, meiner Frau ist, wenn ich in Urlaub gehe am Mittwoch. Es wird jetzt erst mal umgebucht. Und dann werden wir morgen, denke ich, mit ein paar Spielern das Spiel angucken. Damit wir auch wissen, was uns da erwartet, beziehungsweise wer da auf uns zukommt. Und dann wird am Sonntagabend gefeiert? Nein, ich denke noch nicht. Wir werden heute Abend ein bisschen zusammensitzen. Aber feiern können wir noch nicht, weil nächste Woche wollen wir noch mal gewinnen. Und darauf werden wir uns konzentrieren. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen.